Ok Leute, Herzlich Willkommen zurück bei DRAGONHOLSEY DAUKAN BATTLE. Ich und Barry Blue machen eine kleine Erholungspause, von denen aktuell 2 Sums an Cell und 2 Sums an Gorn. Ihr wisst ja, um die Familie gelaufen sind. Ich habe hier 161 Tickets, was ein bisschen viel ist. Barry Blue hat, glaube ich, 66. Ja, das heißt, er wird fast 11 Multis machen, sprich 10 Multis und 6 Singles. Ich mache mit ihm 10 Multis und da ich einfach noch immer so viel übrig habe, werde ich das einfach in einem eigenen Video verarbeiten, was dann wahrscheinlich als so kleines, mittelförner Video rauskommen wird. Aber jetzt kommt das Richtige mit Barry Blue und wie gesagt, der Rest wird in einem kleinen verpackt. Barry Blue, kauft den ersten Multi, es wird ja noch eine gewisse Zeit dauern, bis wir durch sind. Es gibt, ihr seht ja welche Units gefeatured sind, es gibt ein paar Rechen drin, ich weiß halt nicht genau welche. Vegeta und Krillin. Yamcha und Tick Trunks. Wenn selbst die Tickets sind es besser laufen werden, als die LR-Sunts oben, haben wir echt was falsch gemacht. Und Feuer frei. Baseball. Ist das ein Screencrack? Ja. Ist das ein Screencrack? Ja. Ja. Ist das ein Screencrack? Und ich hatte SSO3. Und ich habe schon ein SSR. Also, es ist eine Future Android 18, die AGN. Okay, ich fange an mit einem R, weiter geht's. Dann ein SR Janember. SR Paragus. Dann Lutengosch. Ah, es geht wieder los, es geht wieder los, wir sind im Sommer, wir sind im Sommer. Great Ape Alarm. Oh Gott. Borgos. Entschuldigung. Shugash. So B. Fake Out. In. Oh. In Kipu. Nimm ich. Nimmst du auf jeden Fall an? Ja. SR Trunks. Dann, erster von Frieza. Schon wieder Dragon Ball Fusions. Schweder Pantel. Dann, erster bis ein Vegeta. Aber immer ein SSR. Ein Raditz. Und ein Yajerobe. B. Okay. Und ein Krillin mit ganz vielen Haaren auf dem Kopf. Okay. Kid Buu. Kann's mit leben, Gottlieb. Kann man leben. Kann man mit leben. Ja. Free Tickets. Definitiv. Läuft er jetzt schon besser als gewisse andere Banner, die gerade online sind. Ähm. Vegeta anwesend. Ja. Okay. Zweiter Multi. Ich bin mit deinem Team. In Stand Super Saiyan. In Stand Super Saiyan. Ich warte mal auf dich. Ich hab nichts. In Stand Super Saiyan ohne Rainbow. Ein, zwei Feuer. Keine Fusion. Zweifacher? Auch zweifacher. Dann wieder ein Muttenroschi. Kann nicht mehr sehen. Rasenren und Wuhan. Dann ein Super Saiyan Gotham. Kicking wieder. Ein Without Fat Goku. C18. Dann noch ein Muttenroschi. Noch eine C18. Dann noch ein Muttenroschi. Eine Pan. Einen Trex mit Gohan. Einen Bojack. Einen Raditz. Radieschen. Und ein Trunks. Und mein Happy End wird sein... Oh! Easy A SSH3 Goku. Leider auch schon 100%. Also auch schon der dritte Duke, der nutzlos ist. Toll. Wir müssen SA20 einführen für Easy A's. Muss die nützlich werden. Nächster Multi? Ja. Ist in der Mache bei mir. Ich habe... Krillin dabei. Das ist doch ein SSR. Nur Krillin? Ja. Dann ja. Okay. Instant ohne Rainbow warte auf dich. Ich auch. Ich lass los. Eins. Zwei. Wieder ein Zweifacher. SSR 2 nur. Und Tau Bye Bye. Ich hatte nur SSR 2. Weil wir hatten gerade einen Disconnect, das nicht gehört. Und ich fang an mit Nappa. Ich hab einen Tau Bye Bye. Oh! Willkommen im Club. Ach, der ist 100%. Ich kann den Kid Bu gar nicht gebrauchen. Shit. Auch ein Duke zu viel für ihn. Verdammt. Aber was erwartest du von so einem Ticketbanner auch, ne? Great Salmon, ja. Ist ein Zufall bei irgendwie 50 Features. Auch der dritte Duke zu viel für den alten Bigger to Blue. Für den physischen. Ha! Lol. Ha! Master Shen. C18. Toll. Da kriegst du zwei Godkins Back to Back und beide nimmst los. Ha! Toll. Dann wieder ein Double Back. Wir müssen den Tausch einführen in diesem Spiel. Ohne Witz. Chaozoo. Ein Mr. Goo. Ein Yamchoo mit einem Woll. Ein Nappa. Der Yamchoo, der mit den Wölfen trankst. Äh. Ein Kid Trunks. Und ein Muttenrasche wieder. Oh, das war schon bei mir. Oh, da war ich irgendwo zu schnell. Okay, zwei. Ein Mutten Gottlieb. Einen mäßigen. Aber beide nutzlos, weil beide habe ich zuviel Bubes. Alles klar. Der physische könnte... Der Blue Vegito könnte easier bekommen. Ja. Okay. Nächster Multi. Steht an. Gohan und Chaozoo. Also nix. Satan auf Ruhe. Instant ohne... Oh! Rainbow. Dann Feuer frei bei dir. An dieser Stelle, Mann. Super Saiyan. Eins nur. Also solltet ihr ja Featured bedeuten oder ein LR. Ach, LR ist ja... Oh nein! Ich bin nur LR bekommen. Ich bin nicht vorbereitet. Hab's ja viel vergessen. Ich war mit Zeraten. Okay. Ein Nail. Ich hab auch einen Nail. Welchen? Den Int. Ach, schade. Ich hab diesmal einen anderen. Okay. Nummer 3. Ich zähl mit. Ein Napper. Okay. Jetzt kommt Nummer 4. Ein Nails. Fake out. Fake out in... Wer ist das? Ich glaub STR. Ich glaub STR. Ja. Perfekt sein. Hey! Dein Erster. Ist aber sehr gut. Weiß und Easy A ist ja schon da. In Japan zumindest. Äh, Chausu. Okay. Dann Nevidel. Hey, damit würde ich leben an deiner Stelle. Der ist echt okay. Ja. Äh, Tagoma. Dann ein Krimi. Und Ginyou. Fertig. Und ich glaub noch einer. Ein Bata. Nächster Multiplayer. Immerhin was Neues. Ja! Neues ist auf jeden Fall das, was wohl am meisten wollen in dem Spiel, oder? Denk ich mal. Ja. Okay. Die nächsten sieben Tickets werden eingelöst für die nächsten Multi. Äh, Piccolo und Tenshinhan. Also nichts Bedeutendes. Wieder Insel ohne Rinko. Bei mir auch nichts. Und Feuer frei. Gleichfalls. Ja. Nur eins wieder. Zwei. Uh. Drei. Nett. C19. Diesmal sagt es immerhin was aus. Ja, darum. Deswegen ist es ja so spannend. Deswegen. Kit Gohan. Äh, Nappa. Uh. STR Beerus. Ich glaub ich kann ihn bei Rainbow. Ja. Ja auf jeden Fall. Oh Gott. Bulldo. Wuhu. Dann ein Tagoma. Eine Stunna Bulma. Ein Dabura. Ein Pui Pui. Ein Future Trunks. Es sind sau viele Erste dabei. Ich erwarte jedes Mal einen verdammten Fake-Out, ne? Äh, Kicking Chichi. Zatan. Ja. Und ein Supreme Fight. R Piccolo. Das war's. Toll. Das war der schwächste Sum bei mir. Eins, zwei, drei, vier Er. Hoho. Okay. Nächster Multi? Ja. Auf jeden Fall. Ah, die Animationen machen einfach hier richtig viel Spaß. Muss man einfach sagen. Ja. Und ich hab nur Chao-Zu. Leider. Äh, Tenchi Nana ist der Typ. Ja, ich hatte Trunks und Game Chop. Ich hab gar nichts. Kein Rainbow, kein Super Saiyan. Ich hab auch nichts. Ich lass los. Werd aber Super Saiyan. Los. Genau wie ich. Nur zwei. Zweifacher. Der ist schon Standard geworden. Ja. Also. Ich fang an mit Chi Chi. SR Sin. Dann ein GT Gohan. SR Trunks. Dann ein Sexy Boo. Ein GT Gohan. Dann eine C18. SR Roshi. Dann zweiter von Ser. Ich glaube ein R Trunks, ja. Muten Roshi. Babidi. Und zum Schluss. Ein Verliegen. Und bei mir noch als Happy End. Natürlich. Der Booty Rekum. Der darf nie fehlen. Okay, Bear Blue. Wie sieht's bei dir aus? Du musst mich auf den Stand halten. Weil ich aufhören muss zusammen. Ich bin grad 34. Und hatte mein Multi gekauft. Okay, ich kauf jetzt auch mein Multi. Wie sieht's bei dir aus? War gar nichts da. Baseform. Kein Rainbow. Nur Piccolo. Auf überhaupt nichts. Und Feuer. Oh, ich bleib Baseform. Der sieht schlecht aus. Vielleicht Blinker. Nee. Jakon. Okay. Ich würde wieder zweifacher. Und fang an mit Punching wieder. Nach Jakon kommt Pui Pui LOL. Das ist mal ein Zufall. Dann kommt Gokur. Dann Rasen. Dann kommt Mitrax. Ich glaub das werden jetzt einfach sieben R's. Ja, noch ein Air Piccolo. Dann ein Baby. Noch ein Air Piccolo. Oh Gott, das werden glaube ich sieben R's. Ein Todoria. Ein Ergoten. Alter, schaff ich es? Schaff ich es? Ein Champa. Ein Air Raditz. Ich glaub ich hab's schon gepackt. Oder? Ich schaff zu. Ja. Warte kurz. Das muss ich screenshotten. Ich hab einfach mal sieben verdammte R's. Das ist wirklich schlecht. Ha. So sieht Schlechtheit aus. Okay. Nächster Multi? Nächster Multi. Ja. Wow. Also das war echt schlecht. Okay. Oh. Drei Randoms darunter. Vegeta. Vegeta. Ich bleibe Baseform. Hab keinen Rainbow Tags. Du kündigst an. Instant. Ich lass los. Keine Fusion. Leider auch nicht. Wir haben immer gleichzeitig dieselben Anzeichen, ne? Aber nur SSJ1. Ja. Ich bleib wenigstens Zweier. Das heißt ein paar SR vielleicht. Als Gnade. Punching Video. Fangen kurz mit dem R an. Und zwar... Tutoria. Dann Supreme Kyle Pine. Nappa. Trunks. Das ist gut. Wir stecken die ganzen schlechten Chancen in diesen Banner. Wenn wir später zu Salon Gorn zurückkehren, haben wir dann unser Unglück verspielt. Ein Starterpaket Vegeta. Ein Skopalwitz. Ein Sausu. Ein SR Ultimator. Aha. Einen alten Tau. Bye-bye. Einen A's. Einen G's. Einen G's. Und ein Mr. Boo. Und wir haben Truder mit den Wölfen tanzt. Okay. Das könnte so ein Film sein. So eine Filler-Episode. Okay. Wie sieht's aus? Ich kann noch zwei Multis machen. Okay. Dann machen wir noch zwei Multis. Dann fahren wir mit dem ersten von beiden an. Würde ich mal sagen. Satan auf Buch. Oh. Sehr schön. Ich. Drei Randoms, die nichts versprechen. Ich feiere direkt los. Okay. Instant Super Saiyan mit Rainbow. Instant ohne Rainbow. Zweifacher. Ich auch nur zweifacher. Wobei du hast ja eine Garantie dabei. Sogar eine sehr gute Garantie bei seinem Banner eigentlich gesagt. Mit LDR Chance und so. Ich fange schon mal mit dem SSA an. Aber der ist weder gefeatured noch ein LR. Der Super Saiyan Kid Trunks. Der physische. Ah. Der. Okay. Ich hab ja Jirobi. Deiner ist zumindest mal besser. Wies Outfit Vegeta. C-17. Dann ein Magetta. Ein Finale vom Cell. Dann ein C-16. Masenko Gohan. Und physischer Kid Blue. Der ist okay. Ich meine, das ist immer noch konstant guter Supporter. Ja. Ist okay. Ja. Oh. Bei mir geht's die ganze Zeit weiter. Hä? Was? Oh. Da hab ich mich ja voll verzählt. So. Ich hab schon durchgeklickt. Ich hab nur noch Schrott. Guck. G-C Gohan und erste Form Saiyan Kid. Okay. Dann Bär Blue. Der letzte Multi an dem ich heute beteiligt sein werde. Die Nacht wird Barry durch noch mit 6 Single Sums verwöhnen. Okay. Dann kauf ich mal meinen letzten Sum für das heutige Video. Hm. Drei Randoms. Nur Roten dabei. Also nichts versprechendes. Instant ohne Rainbow. Base Form. Ich lass los. Light Base Form. Krieg ich einen Screen Crack bitte. Bitte ja. Für dich. Nein. Okay. Ich hatte nur SSR 2. Kredil. Nail. Sau. Dann, ähm. Tau Bei Bei. Dann Guhan. Oh, toll. Troll. Noch ein Deal zu viel. Der physische Piccolo. Oh Gott. Ach so. Okay. Ja. Schade. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. cool. Cool. Okay. Das war's. Okay. Piccolo. und für ihn. Ja. Hätte Piccolo nicht zuhause bleiben. Ha. Was für ein geiler Satz. Und der letzte Single. Ja. Ja. Und du. Bitte. Okay. Nichts. Gar nichts? Nein. Nichts was irgendetwas bedeutet. Ach. Wie schade. Und nur einfacher. Ich hätt's dir echt gegönnt. Ich bin übrigens die ganze Zeit im verdammten Barbershop beschäftigt und nicht. Oh, ich hab's noch geschafft zum Ende des Videos. Und das war's. Ich hab keine Tickets mehr. Ich habe über hundert Dünnitzel im Verkauf, weil wir nur scheiße sahen in den letzten vier Videos. Ja. Ja. Also Leute. Ihr wisst Bescheid. Hier geht's beim nächsten Mal weiter oder da. Das mach ich irgendwann, wenn ich Bock drauf hab, wenn grad nichts anderes im Wege ist. Leute. Bellblue. Vielen Dank fürs Mitmachen. Euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bellblue. Wir verabschieden uns. Schöne Zuschauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.